Hey Leute und Willkommen zu Part Nr. 3 von Serious Sam the First Encounter HADDLE Mit mir die Kings und Attilities und Nero Also, ich steh jetzt hier grad mal ganz oben Der Weihnachtsmann ist unter mir und der Schwule kommen wir ganz unten Das sieht ganz lustig aus, Kinks, lauf mal, ob wir runterfallen Lauf mal Yeeeey, es funktioniert Das ist extrem witzig So macht es noch mehr Spaß Das ist so gut, dass wir dann witzig und witzig Das ist so gut Alle sind am Schreien, am Schreien So, jetzt mal ein bisschen Druck hier mal Mal ein bisschen vorankommen hier Wir verfolgen alle intensiv die Story Ja Aua Also er ist im Tempelmetz und dann vorm Tempelmetz Also ich weiß nicht, das sehe ich es Ich denke nicht Ich möchte hier das Spiel sehen Ich möchte hier das Spiel sehen Und wenn das Spiel zu 100% verstehe ich Ja Ja gut, dann muss man die Wikipedia übertrieben Ja So, ja, ich meine ohne Wikiparty Ich hab's jetzt auch schon wieder in Schreien Wartig Und erfress mich nicht Ich mach mal kurz eine Option Äh, Ton Ist schon ziemlich leicht Na gut Ich hab hier auch mal ins Menü gesehen Das ist nebenverlässig So, grün Sehr grün Guckt euch diesen Babo an, wie der Babo schießen kann Da ist das Ding, da ist das Ding, ich will sie haben Oh ja, das ist die Koror Look at the size of that thing Das ist beim Sponingsspielen, oder? Ja, Dauerpoling Hey, das geht ab, wir boden die ganze noch Ah, mit der Waffe macht das Spiel auch schon viel mehr Spaß, muss es sein V4 versenkt Boah Alter Tür geht noch nicht auf Jetzt geht Tür auf Yay Große Flache Große freie Fläche Es ist wieder eine große Halle, wo wir ganz viele Typen change Alle neuner Aua Nur nicht auf die anderen schießen Aber Monster, oder? Mhm, ich hör schon was schreien Ach, die bohlen wir um Nee, die Waffe ist so blöd Was, die Kanone? Ja Ich kann mal ein bisschen Laser fahren Hyrotechnik Hyrotechnik Ist kein Verbrechen Du bist auch kein Verbrechen Du bist auch kein Verbrechen Wo ist das aufgegangen? Nö Scheiße Ist auch gut, wenn man Facebook aufhat während der Auflangen Das ist gut Rotte Besten nach Skype Ich muss mal kurz Telefonieren Ich muss mal kurz Telefonieren Hehehe Heeey Das ist gut Passiert Könnte mal ein bisschen Action geben hier Langsam Aber schöner Sternen, oder? Ja Sternen 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 Oh 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 ja Es gibt ein dicker, steckes Herz Für uns Hm, und Stiere Ich dachte, die Stiere Jo Hallo, was geht Dritt ist nicht so schnell Zweig Das ist ein Turbostier Guten Rutsch Das war ein Turbostier Struck Boah Das war ein Turbostier Wau Da Jo 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 auf Noch mal Kanone Alter, hab ich nicht gesagt Noch ein dickes Rohr, schalala, schalala Hast du auch gar nicht meins? Soll ich erstmal alle Statuen, die sie zerstören, die man so findet? Also ich mach links, ne? Ich bleib draußen stehen, also, ne? Mach links Ich steh hier so vor der Asso Dann geh ich rechts Weiß ich nicht, Kings oder du auf jeden Fall Irgendwann nicht Ich bin nach unten im Übrigen Ich bin zu einem Liegen hinterher Na rechts auch mal nicht Ja 1 Jo Bin dran Alle Gegenstände platziert Ich hab auf jeden Fall ganz, ganz viele Mobs hier bei mir Nett, oder? Aber die stehen schon wieder an innen hier, ich bin hier vorne am Eingang Ja Da stell ich mich nicht hin Da stell ich mich nicht hin Ein sehr ungünstiger Platz Wo ist denn die Kurore? Zwischen deine Beine, Kollege Ach so, hab ich gefunden im Buch Das ist wohl gar nicht so dick zu sein Das war mal ein Witzausfall, ne? Ja, das war's nicht Ich muss fast, ich muss fast lachen Ja, fast Aber nur fast Hinten in den Ecken sind noch so ein paar grüne Eierköpfe Aber die trifft man mit der aufgeladenen Kanone immer hervorragend Hervorragend? Hervorragend Hervorragend Boah, das kennt er denn Lern ich ja sogar richtig noch was, Lino Ja, mehr als in der Baumschule auf jeden Fall Ist so viel Klar, klar Ich geh mal Es ist so, ey Ich denk's mir immer wieder, Alter Was geht eigentlich bei ihm so? Machi, machi, machi Was hat er was drauf? Da kommen seine Kleinen Er hat schickt seine Kinder, ey Ja, es geht Die müssen auch seine ganzen Kinder töten Ey, der hat sowas geschickt Der hat die auf uns geschickt Also der hat echt ne Menge lange, weil das ist nicht genau wie der ist Oder ne Menge Spaß Ja Spaß sollte man nicht zahlen So, weiter geht die wilde Fahrt BAT Level Complete Die Zeit Teben Minuten und 19 Sekunden Das kann gar nicht sein Er doch geht's Jetzt sind wir in Teben In Karnak Karnak? Was machst du denn für ne Karnakke? Das sieht Oh, hat er nicht gesagt Hat er nicht gesagt Video um 18 18 plus Also wir geben, wir schreiben euch in die Kommentare die private Adresse durch Ja Mit beschäftigen mit den Bügen Wow Ist sie gleich freundlich gewesen, ne? Achja, hier war ja Analysiere, analysiere, analysiere Hey, Bitch, gib den Youtube einer Schläge Kings, ähm, Schweike Entschuldigung Schweig und stirb Kings hat immer stehen bleiben, oder? Ich hab analysiert Ja, dann hast du die Tür wieder zugemacht Geh links, du gehst rechts Oh, wie in die Tür zu Ich geh mitten durch Ist ein Navi dafür Was sagst du? Wollten wissen, ob ein Navi-Bild um gerade auszugehen Ja, die Tür zu biegen sind nicht links satt Ich glaube nur ein kleiner Ja Er war ja putzig Oh Also, eigentlich sollten wir hier nicht weiter, oder? Wir sollten das schon in dem Nebending auch noch anschauen, oder? Wie? Achso, ist das andere auf dem Hauptweg, oder? Ja, aber wir haben doch... Ich glaube, du bist auf dem Hauptweg Ich bin hinter die bei Kings Ja, ich sag ja, ihr seid auf dem Hauptweg, glaube ich Okay, dann kommen wir wieder Geh jetzt nochmal zu dem anderen Teil, was wir da freigeschaltet haben Wie a coming to you Hast du überhaupt den Knopf gedrückt auf der anderen Seite? Na, das Video war doch da, wo es aufging Ja, nein Noch nicht fertig hier Bei mir war das Video, dass du ja das Ja, das müssen ja zwei Sachen sein Einmal, dass du... Nee, da kommt noch Sand rein eigentlich Aber das kann auch sein, dass es in dem dritten Tempel, in den ihr gerade gegangen seid, kommt Das weiß ich nicht Wer hat ja mal weitergelaufen, ihr Steppen Ja, 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 ja Wir sind wieder nicht zufrieden Statt, dass er einfach mal weiterlauft Kings, du bist schuld Du, ganz allein Disconnect Was? Ich verstehe Ja, hier gibt's noch ein... Äh... ... 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 ich weiß dass da sind aber immer noch die witzesten Gegner bis jetzt so neben denen die sich selber durch springen ist jetzt ist hier nämlich dann doch wir sind überall knöpfe ich drück mal alles ja das ist im 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 ich habe auf jeden fall mal das ding aufgehoben was ist denn heute da ich höre irgendwie stiere die auch stiere ich habe gerade dieses am besten schießen weil dann sieht man was soll ich jetzt den knaller den den knaller immer er hängt ja auch in der tür ist das richtiger brauche spackt er da rum Oh haha, da ist der Ja, ich kann wieder aufgehen jetzt, lass mal dunkel werden, oder? Oh Ah hier Halt dich erst mal auf die Starttour Die macht ja meistens Schaden Ja Gut Analysiere Die Tür ist verschlossen Nein Dach bloß Bloß Ist das denn ernst? Da ist ne Tür Eine kleine Tür Eine kleine Tür Oh je Nur der King's der von hinten ballert Die schocken jetzt auch nicht mehr so die Feuertypis Das erinnert schon so ein bisschen ans Washington Monument hier Doch, 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 doch Was gibt's so? Kugeln Super Oh hier gibt's aber noch mehr Guck mal Rechts ist denn auch noch Munition Geheimer Bereich entdeckt Oh, Fisch, ich fisch Ich kaum erwartet Wo seid ihr? Komm mal wieder raus hier Ja, wo seid ihr? Ja, ich weiß nicht, wo ihr so seid Ah, da ist Agi Ich bin bei der Tür hier hin Maustaste zwei zum Analysieren Ja, müssen bestimmt irgendwo Oh, ist jetzt Karnak schreiendes Arm und der Eingang und okay, kann man zulassen Ja Na gut Na gut Na gut Was steht da, Agi? Wo müssen wir Knöpchen drücken? Oh Oh Hätte ich den Text lesen sollen Oh, das ist ne Tür? Ja, die ging ja auch passt schon Fick, Luke ihn mal Mach mal Lukey, Lukey Lukey Luke Lukey Luke Klofick so alleine rum Ja, ich hab hier lauter Selbstmordattentäter Und ich töte gerade die ganze Zeit Weil ich hab gar nix Jetzt kommt die zu mir auf Kommt woher hier, Schweine Ey, doch mal auf zu schreien, ey Also ich denk mal, das wird relativ sicher unter Wasser irgendwo hin müssen Wenn die Tür verschlossen ist Und davor Wasser ist Na ja, davor ist auch ein Gang, wenn man direkt runterspringen muss Ich schwimm mal durch den Gang Wo? Wir werden ins Wasser springen und dann ist direkt vor der Tür in Gang Wo? Wir werden ins Wasser springen und dann ist direkt vor der Tür in Gang Kommen die Typen auch ins Wasser gesprungen? Die kommen ins Wasser gesprungen! Ich hab auch schon irgendeine Gold-Statue Wir sind glaub ich schon einen halben Level weiter als wir als Agi Toll Hier geht's nicht noch nicht durch Du musst halt mal den Gegner töten Dann geht die Tür durch Guck mal hier ist es Irgendwas beim Teleportal 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 Chill doch mal jetzt Wir sind wieder bei dir hier Wir haben uns gerade wieder auf den Fortplatz teleportiert Super Ich bin jetzt bei den Portalen Guck mal ob da irgendwo noch ein Schalter ist Ich schwimm noch mal durch Ich schwimm noch mal durch Du musst doch nicht noch mal Ja Egal Ich schwimm noch mal durch Mir macht Spaß Nein Weil ich denke wir haben irgendwo ein Schalter nicht gedrückt oder so Weiß ich aber nicht Vielleicht sollten wir auch einfach noch die Mobs killen Wir haben immer noch irgendwelche Ich weiß mich wo die sind Die den Kings wahrscheinlich unten drunter Wir haben Schalter gefunden Sehr schön Geht was? Guck mal Ich weiß hier auch noch einer Ja hier ist noch einer Ja hier ist noch einer Geht jetzt was? Nö Kings hat eine Geheimtür geöffnet Super Ist die bei dir? Wenn ich weiß wo was geöffnet ist dann Komm zu dir Ja da von neben bin ich gekommen Echt wir haben echt Schwierigkeiten die Story durchzukriegen Weil die Rätsel uns zu schwer sind Die hab ich die Knöpfe gedrückt Ah die bestimmt Ich hab schon wieder irgendeinen Geheimraum gefunden Auch nicht Gehen wir mal mal hinten weiter Dann geht's ja wieder zum Portal Dann geht's ja wieder zum Portal Guck mal zum Glück Ob da noch was ist Hier irgendwo Also irgendwas hab ich auf jeden Fall geöffnet Also irgendwas hab ich auf jeden Fall geöffnet Eine Geheimtür Aber das hilft ja nicht Vielleicht die Tür ganz vorne Wo wir Nicht weitergekommen sind Weiß ich nicht Kann auch sein dass wir hier gar nicht hin müssen Quasi Ich guck mal zurück Also wie gesagt auf jeden Fall Irgendwas hab ich hier geöffnet Also hier spawnen auf jeden Fall wieder Monster Deswegen ganz ich nur Gehen leuchten Egal vergisst was ich gesagt hab Da schießt hier man Wer ist das? Wer zum Teufel ist das? Ah hier sinds Wasser gefallen Das war echt witzig Zack war ich weg Weil wir schon gedacht haben Hä? Wieso du bleibst denn jetzt Zurückwärts ins Weiß Wir lauern schon wieder vor der Tür welche Fürste ja Also nachdem wie viele Mobs hier jetzt spawnen denk ich mal Ja klar Die Tür ist zu Wir kommen nicht durch Was ist los? Kann sich über eine Seitentür hier öffnen oder? Das ist die Haupttür wo wir landen müssen Hier Das ist doch richtig Boah 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 Was? Da war umgedreht schon was vorbei Ich weiß auch nicht grad ob wir zurücklaufen Oder nach vorne Aber ich glaub wir laufen vor Ja scheinbar so Ich glaub hier waren wir auch noch nicht Ja gut die Munition sagt da nix drüber aus Ja weil der Rauch kommt mit dem Rüstung halt Hier gibt's auch bestimmt Geheimräume drin Analysiere Erstmal auf alles schießen Oh hier kommen doch kleine Viecher Analyse Viele viele bunte Smarties Was macht das? Oh Was denn? Äh Ah ok Selber hier Ne 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 Hier ist ein Kowalskopf. Und dann darf er mit den Ecken. Ja. Kämpf richtig, Kollege! Die Ein-Kowalskopf-Kämpfen muss. Ja genau. Zieh mal deine Revolver! Geht's gut auf den Weg. Wie er wieder mit der Kanone rummeilen. Hier wird's zu blöd! Bisschen Spannung machen! Ende. Was? Was? was fehlt noch können wir jetzt mal irgendwann muss die rüstung ich höre irgendwie ganz viel geschrieben sag doch es nie dass er über die nein die musik dann immer neu anfängt der erste sie sich in sicherheit es ist vorbei Nein! So jetzt ist... Ist echt vorbei. Kommt ein Stier. Ja. Das Ding ist verdruckt. Wow! Oh, 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 oh! Ja. Geht die ganze Zeit hoch und wieder runter. Es klemmt. Klingt so schwer. Es ist gelämmt. Jemand muss es reparieren. Moment. Wir brauchen ein Schraubenzieher. Jetzt geht Tür auf. Jaaaa! Alter, wie viel Munition werden wir hier brauchen? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ah, hier. Hör auf! Also, der Künstler will ich damit aufzudrücken, oder? Hör auf! He! Ähm, ja. Hör auf! Alter! Zit Das ist gar nicht so viel, Lass uns mal alle kommen, denn wir sind so langweilig. Ein bisschen Action gemacht. Ich habe eine gute Stelle gefunden. Jetzt wird das Spiel ein bisschen kürzlich in die Länge gezogen. Mitmacht ja nix. Minimau. 35 Minuten mehr. Nein, nicht geil. Von irgendwo schießen auch diese grünen Typen auf uns, ne? Ja. Aber außerhalb der Map oder so, glaub ich. Stimmt. Ich kann die auf jeden Fall nicht sehen. Ja, stimmt, die ist echt von außerhalb. Das geht schon weiter. Nicht so, dass es senkt oder so. Es kriegt jetzt zurück. Ich kann's machen, bisschen Kanonen-Attack. Ich stehe jetzt hier. Ich hoffe, es kommt nix grünes mehr. Böbel. Böbel von oben. Böbel. Böbel von oben ist auch schlecht. Ah. Dauw. Oh, meine Kuh, die kamen wieder. Oh. Ja, ich hab' den müssen, aber aber nicht viel. Ich hab' den müssen. Ich hab' den müssen. Und die für mich mal er aus demnachl pourquoi? Grüneser erledigt wird. Ach, der ist nicht der США. Ne, wir haben ja noch nicht alle Monster Typen gehabt. please open the door now thank you for choosing Deutsche Bahn today I hope I hope you have a great fart gehabt my English is not the best he is he is I speak English very well that guy we can't do it we can't do it I can't do it I can't do it only only about 15 until it goes please have some patience now come on no no normal players must regenerate I 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